Ich bin Ronna Knapp. Ich arbeite als Executive Assistant bei GMG und verantworte die Organisation der Two-Colors-Konferenz. Die Two-Colors-Konferenz ist eine Auftaktveranstaltung. Wir veranstalten sie zum ersten Mal und freuen uns wahnsinnig drüber. Das Motto ist Unboxing Tomorrow. Das heißt, wir werden uns damit beschäftigen, wie die Zukunft im Packaging aussehen wird. Wir möchten Diskussionen anstoßen, wir möchten Pool-Laborationen anstoßen, wir möchten Best Practices teilen, wir möchten über praktische Lösungen diskutieren, aber auch inspirieren und Lust auf Zukunftsmaschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017